Willkommen zurück zu Turok 2 und weiter geht's in den Wirrwarr hier. Da hinten sehe ich schon mal einen Stein. Hier sind auch nochmal zwei Sonnetüren. Das sieht mir doch aus wie eine Fabrik hier, ne? Das ist hier einer. Ähm, ich will dich haben. Müssen wir mal sehen wie wir den kriegen. Das ist keine Tür hier, ne? Ne, hier auch nicht. Da kommen wahrscheinlich dann, ne? Ja, das sieht mir so aus ob das hochgehen könnte. So, was haben wir hier? Es ist mir zu ruhig hier. Wie kann man da auch hinter? Seht ihr das? Äh, vielleicht mit einem Granatwürfer. Müssen wir gleich mal ausprobieren. Weil das sieht mir aus als ob man das wegspringen könnte. Ach, die kann ich schon wieder nicht mitnehmen. Äh, Granatwürfer. Wo haben wir ihn da? So. So. Das ist aber jetzt nicht, äh, okay. Das sind bloß so ne... Und hier haben wir noch Explosive Muni für den Fall der Fälle. So, schalten wir mal gleich um. Und da ist auch Explosive Muni. Zweimal. Okay, mehr kann ich hier nicht mehr. Soll ich das da auch aufspringen? Weil woanders konnte ich doch jetzt hier gar nicht hin, ne? Wie soll ich denn hier hochkommen? Ist das ein Fahrstuhl? Der dann anscheinend nicht aktiv ist. Okay. Nur einen Moment mit, mit, äh, ne? Müsste ja auch gehen. Nee. Okay. Hier kann man anscheinend noch nichts machen. Ach doch, hier ist ein Schalter. Mann, wie blind bin ich denn? Wie blind bin ich? Der aktiviert anscheinend den Fahrstuhl da vorne. So, dann schalten wir mal gleich auf Explosive Muni. Doch nicht? Was hat der, was hat der Schalter aktiviert? Oder ist das wieder auf Zeit? Nee, hier hinten. Hier hinten. Was machst du hier? Kollege? Ich bin schon draußen. Nein, 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 nein. Okay, das habe ich verstanden. Geht auf Zeit. Ich muss schnell rüberrennen. Ich hatte nur Angst, dass da einer ist. Ich höre da, hier noch einen rumrennen. Was? Was? So. Sehr nett. So, wie sind wir jetzt hier? Hier ist ein Fahrstuhl. Ach, der bringt uns da hoch. Zack. Zack. Wie sollen wir das zerstören, die Dinger, ne? War das nicht so? Was macht der? Ach, der macht den Fahrstuhl. Was auch? Gut denn. Gut denn. Verrückt, oder was? Ich will aber hier den, äh, Dings haben. So, den brauchen wir doch. Ist das der nicht als Sandy gewesen? Ach, hier haben wir einen, so'n... Warp-Protal. Aber, äh, Moment. Wir haben hier noch. Muss ich da drauf schießen? Ja, und jetzt? Aha. Das war eins von den Roboter-Dingern. Granate. So, das Ding haben wir auch. Das eine. Hier haben wir noch einen. Hier haben wir noch einen weiteren, so'n Stein haben wir ja gekriegt. Dings haben wir erledigt. Und hier haben wir einen, so'n... Ist das jetzt das Böse? Na, wir müssen sehen. Ne, das ist das mit der Feder. Boah, die hab ich doch noch gar nicht. Okay, du Sack. Oh, Mann, 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 Mann. Da müssen wir wahrscheinlich weitergehen. Dann kriegen wir das mit der Feder. Oh, Moment. Ist da Leben des Wort? Ah, ja, und Munition. Warten wir mal hier kurz, dass ich noch einmal Exzessive Munition kriege. No, hier haben wir aber alles erledigt, glaub ich. Ja, ist auch Munition da. So, müssen wir uns merken. Hier ging's zum Dings. Kann ja da nicht weit sein, die Feder. Alter, er schreckt mich doch nicht so. Kann mal wieder hier durch sein... durch sein Mini-Dings durch. Oh, hier ist die nächste Fabrik. Alter. Blöde Sau. Unsichtbar auch noch. Da drüben ist auch einer, aber ich kann hier nicht durch die Scheiben schießen. Hier ist wahrscheinlich... da hast du, mein Punkt. Geht's hier hin? Auch nochmal ein Portal? Nee. Ruhe. Ist vorgemerkt? Wir müssen aber erst mal hier hin. Aha, hier haben wir nämlich noch Steine. Hier ist die Feder. Oh, Errungenschaft. Yay. Wunderbar. Ja, Roboter-Famil. Wir gehen aber erst mal zurück. Da war das Portal. Weil das möchte ich als erledigt ab... Äh, ne? Das versteht ihr ja auch wenigstens. Da haben wir das nämlich schon mal erledigt und haben die letzte Fähigkeit. Bevor wir das nämlich wieder vergessen. Dann fehlt ja bloß noch... äh, das böse Portal. Bitteschön. Bitteschön. Kann sein... Und dann nochmal eine Errungenschaft. Ähm... So, das wäre damit... endgültig erledigt. Dann geht's ja jetzt langsam mal voran. Ja, würde ich sagen. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur... So, da haben wir ja jetzt hier bei Vorräte... Ja, da fehlt ja bloß noch der. Die kriegen wir ja am Anfang. Der war ja da, ne? So, und was haben wir hier? Missionsziele. Ein von drei. Okay, da oben fehlt jetzt noch ein Stromgenerator. Müssen wir noch ausschalten. Und Robo müssen wir noch zwei. Na, da gibt's noch ein bisschen was zu tun. Wir können aber hier mal ein... Spielstart gespeichert. ...quicksafe machen. Ja, hier war ja sonst nichts weiter, ne? Hier haben wir einen Schalter oder so. Hier war kein Schalter. Fabrikcomputer. Äh, ach so. Ich muss die aufzerstehen. Ey! Gibt es doch gar nicht. Kanate können wir auch noch mitnehmen. So, hier wird nichts mehr produziert. Okay, dann haben wir hier ja doch... ...richtig gemacht. Und weiter. Ach, hier haben wir das Böse. Ach, das haben wir auch schon offen. Ne, das ist nicht offen. Müssen wir erst den Schalter finden. Hm, finden wir den oder haben wir den hier verpasst? Ne, wir hatten ja vorher... Ne, ne, der muss erst kommen. Jetzt ist es gut, ja. Na, gibt's hier keine... Ah, da vorne kriegen wir Explosiven. Hier sind wieder diese Dinger. Ich denke mal, die könnten mal alle aufspringen. Wir machen mal einen Versuch. Ne, geht nicht mit der Munition. Naja, wahrscheinlich nur mit... Na gut, wir testen's mal. Äh, wo ist der Granat-Würfer? Äh, wo ist der Granat-Würfer? Hier. Geht auch diesmal nicht. Nee, das sind dann Fake-Dinger. So, ich bleib lieber mit meiner hübschen Schrot. Die ist schon in nächster Fabrik. Ich hoffe mal, dass hier der Schalter irgendwo ist. Und da unten haben wir noch ein... Ein Dinges. Wieso hat denn der jetzt das zweite aufgerogen? So, wenn wir jetzt hier durchgehen, sind wir tot. Ach, ein schreckliches Geräusch. So, kommt hier wieder ein Geschütz raus? Nee. Da kommt keins raus. Hier haben wir einen Schalter, hm? Geht doch... Hopp. Wieder auf Zeit hier, oder? Achso. Wir müssen... die Dinger hier klauen. So, schön. Schrot. Die Dinger klauen wir hier. Und setzen die da, glaube ich, ein, wo das rote ist. Hier so. So, jetzt können wir hier durchgehen, ne? Ah, ja, jetzt können wir das machen. Was jetzt natürlich blöd ist, dass ich... Ah, hier vorne haben wir noch Explicitmonie. Und da fehlt uns sicherlich noch ein bisschen was. Da müssen wir auch die roten Strahlen, glaube ich, erst mal. Warte mal. Wir gehen erst mal zurück, äh, das böse Portal machen, würde ich sagen. Damit wir das auch hinter uns haben. So, dann ist ja in diesem Part mal richtig viel passiert. So. 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 Oh, oh! Heißt das jetzt, es gibt so viele drin, ne? Ja gut, das ist das letzte, ne? Ich hoffe nicht, ey. Kannst du auch übertreiben, würd ich dann sagen. Ah, da haben wir schon mal einen. Hier haben wir einen. Okay, da hinten ist noch einer. Hier haben wir auch weg. Da hinten ist auch einer. Der ist auch weg. Das war schon heftig jetzt hier, muss ich schon sagen. Mal wieder ein Rad. 60 Leben haben wir noch. Ich hoffe, dass irgendwo was spawnt. Ah ja. Den konnten wir noch ausschalten. Was haben wir noch andere Munitionen? Vielleicht den hier. Ja. Oh. Okay... Rot... Wo denn? Wo denn? Da oben! Scheiße! Wieso geht der nicht rein? Die Verarschen? So... So... Ähm... Hier geht nicht auf. Ist das ein Fahrstuhl? So, hier. Den haben wir erwischt. Den auch. Darf es da drüben auch ein Fahrstuhl? Ja. Ach, hier. Hier ist Magdammeln. War hier noch einer? Okay, hier hat sich ein Eingang geöffnet. Wir gehen aber erstmal da hoch. Wir gehen gleich mal hier rein. Dann müssen wir noch auf der anderen Seite. Okay, ähm... Wir machen mit Sniper. Ist hier noch einer? Ich höre so ein Grunzen noch. Ah, da. Wartet mal. Da finden wir doch... Wir hören nichts mehr. 38 Leben. Ja, danke, danke schön für's Verwecken. Ich glaube, wie er eine Rundschaft gekriegt. So. So. Ah, Explosive Muni. Wir könnten auch den Flammenwürfer benutzen, fällt mir gerade ein. Nein. Aber die Explosive Muni, die macht sich alt am besten. Was? Wo denn? Da ist schon einer hinter und der schießt durch die Wand. Bist du behindert? Entschuldigung für den Ausdruck. So. Die nächsten drei Gegner können wir noch damit verschießen. Ja, das war's auch schon wieder. Jetzt ist doch da wieder einer in der Ecke, ne? Da nehmen wir doch Gehörden-Tumor hier. Gehörden... Bitteschön, mein... Wärter Herr. Ja, ich muss sagen, das Letzte hier ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Und jetzt müsste ja eine Mitteltür aufgegangen sein. 34 Leben, oh Gott. 28. Fehler benutzen wir die Dinger jetzt hier. 30. Kann er nicht mal ein 10er Leben machen? Oh, Alter. Ich mach mal hier ein 10er. Danke. Wenigstens noch ein 10er. Wir kriegen auch noch hier tatsächlich noch zwei von denen. Weil ich weiß nicht, was da jetzt kommt. Wahrscheinlich so eine Art von Boss von hier drin. Zwei ist nicht so gut. Einmal machen wir doch. Warten wir doch mal einmal ab. Warten wir doch mal einmal ab. Ich bin nicht so gut. Auf jeden Fall gibt er mir nochmal exklusiven Muni. Ne, Ok, versuchen wir das. Nochmal exklusiv? Wir müssten doch beide erledigt sein. Ah, erledigt. Dann haben wir das doch gut gelöst hier, finde ich, oder nicht? Gut, wir hätten jetzt noch den Flammenwürfel nehmen können. Fällt mir gerade ein. Den nehme ich aber auch noch mit. So, mal umschalten, falls doch hier noch einer kommt. So, und jetzt müssten wir doch normalerweise... Oh, 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 oh. Naja, wir sind voll damit. Ach, jetzt haben wir die Waffe hier, guck mal. Fünf Schuss. Unerhungsschaft, aber bloß schnell wegmachen. Nicht, dass ich einen Schuss verschwende. Das brauchen wir dann auf jeden Fall für den Endgegner. Ja? Zum Glück bist du nur noch am Leben, Turok. Unser neuer Gegenspieler beschäftigt mich sehr. Obwohl ich seine Kräfte nicht einordnen kann, fühle ich, dass sie unendlich sind. Lass dich von dieser Bedrohung nicht ablenken. Der Primal Gem muss abgehalten werden, oder wir alle sind verloren. Ja, ich will aber hier raus. So, Quicksafe auf jeden Fall. Das haben wir jetzt auch hinter uns. Müssen wir nicht mehr machen. Und das heißt, hier Vorräte. Genau, da unten. Jetzt fehlen bloß noch die zwei grauen Schlüssel für den Endboss. Ich glaube, sonst könnte man den gar nicht machen, weil dann geht ja nicht das Portal auf. So, was müssen wir denn jetzt hier... Äh, ich bin ja, ich bin ja zurückgelaufen. Stimmt. Hier hatten wir ja... Ach so. Erstmal ein bisschen Leben wieder. So, hier konnten wir durchrennen, ne? Das wird wohl... Aua, 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 Aua. So, den haben wir. Ist da auch noch einer? Oder war nur einer? Ja, wir müssen aber die Strahlen hier noch ausschalten. Wir könnten hier zwar rüber. Das Wasser könnten wir auch. Aber nicht, äh... Wir müssen... Ja, da fehlt uns wahrscheinlich noch was. Und deswegen wollte ich, äh... Da war das Portal. Was war hier? Entschuldigung, ich muss hier nochmal eben kurz gucken... Was hier gewesen ist. Ach, hier haben wir die Dinger geklaut. Ah, die mussten sogar noch hierher. So, dann ist das abgeschlossen schonmal. Das ist abgeschlossen. So, ich muss auch einen Schnitt machen. Was das will, geht schon wieder auf eine halbe Stunde. Aber ich denke mal, euch stört das gar nicht, ne? Wenn eine halbe Stunde ist. So, da denke ich mal... Ah, ich bin mir nicht sicher. Ja... Ist da jetzt noch die roten Laser? Ja, die sind ja da noch. Wir können ja mal hier versuchen. Ähm... Eins... Zwei... Wir können ja mal hier rüber versuchen. Äh... Gehen wir hier hoch. So, hier ist auch kein Schalter, ne? Äh... So, ich kann sie aber entfernen. Entfernen kann ich sie. Ich guck mal, ob ich hier auch schon die habe. Den haben wir, den haben wir. Okay, haben wir. Dann frage ich mich jetzt. Ähm... So, dann frage ich mich jetzt. Warte mal, ich nehme mal den mit. Und jetzt zeigt er an... Laser Energiekristall erforderlich. Okay, wir brauchen also... Wir haben zwar jetzt das abgeschlossen hier, ne? Und hier zeigt er mir, dass ich tauchen kann. Warum kann ich hier tauchen? Au! Wo geht's denn hier hin? Ja, wenn das Zeichen da ist, dann ist das ja schon mal... Ja, wenn das Zeichen da ist, dann ist das ja schon mal... Ja, okay. Ich glaube, den haben wir... Geplättet den Jungen. Was ist passiert? Gehen die Türen jetzt auf? Nee... Den Schalter haben wir aber gemacht. Für was auch immer der ist jetzt, ne? Ja, wir haben schon ewig keine Raketen mehr eingesetzt. Heben wir uns auf für den Endboss. So, hier muss ich auch nichts weiter kaputt machen. Ja, man muss da anscheinend hier nur den Schalter machen. Wir werden ja sehen, für was der... Und ich muss den Schnitt machen, ich bin zu einem. Die Laser sind auf jeden Fall immer noch an. So, da muss ich auf jeden Fall noch was tun. Hier kann ich jetzt... Ach so, Leben. Ja, Leben ist ja auch gut. Jetzt haben wir wieder 100. So, hier ist Decke. So, dann müssen wir hier, glaube ich, nochmal her. Na gut, Leute. Ich mache aber hier erstmal einen Schnitt und sage... Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Turok 2. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschau.